Unter dieser Krankheit leiden Stars wie Hirschhausen, Adam Levine von Maroon 5 oder auch Unge. Männer erkranken viermal so häufig wie Frauen. Warum Menschen an dieser Krankheit erkranken, wissen wir noch gar nicht. Aber die Genetik scheint eine Rolle zu spielen. Diese Krankheit beginnt schon im Kindesalter. Zu Therapie gehört Verhaltenstraining, sowas wie Biofeedback, allerdings auch Elterntraining. Außerdem gibt es noch Medikamente. Und eines der häufigsten Wirkstoffe, der am bekanntesten ist, ist Methylphenidat. Ihr kennt vielleicht auch das Medikament unter dem Namen Ritalin. Weißt du, über welche Krankheit wir sprechen? Wir sprechen über ADHS.